Eine alte Nachricht wurde in zwei verschiedenen Sprachen in Stein gehauen, das heißt auf Latein und einer orientalischen Sprache, um an künftige Generationen weitergegeben zu werden. Darüber steht ein großer Stern, der das gute Omen der Ehe darstellt und auf die moralischen Grundsätze für ein glückliches Leben verweist. Selbst an der rechten Seite des Bogens wird dieselbe Nachricht durch Bezüge aus der orientalischen Kultur vertreten. Anstelle des Hundes, wie links, steht rechts im Bogen eine Henne, welche dieselbe metaphorische Bedeutung des Hundes hat. Auf dem unteren Teil des Bogens vertritt eine Engelsprozession einen Trauerzug. Das Jenseits wurde durch ein Bild des Erzengels Michael und das Symbol eines Krebses dargestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020